Auf der Friseurmesse in Nürnberg gab es dieses Wochenende am Stand von Blackbox-Cash-Systems mehr Auflauf als bei der Deutschen Meisterschaft an der Hauptbühne. Grund dafür war das revolutionäre Kassensystem und ein Star aus Österreich. Ich war hier, weil ich ein Bodo mit Conchita Wurst haben möchte. Sie ist einfach komplett anders als alle anderen. Ich wollte sie schon immer sehen oder wie er singen kann, das ist ja richtig geil. Schön wie sie singt, also das war halt echt schön. Ja, war schon ein bisschen aufgeregt, weil es einfach schon so eine berühmte Persönlichkeit ist, kann man sagen. Leere Stände bei den Mitbewerbern. Volles Haus bei Blackbox. Nicht umsonst ist das neue Kassensystem der Münchner Firma um Marco Kröckel so erfolgreich. Das liegt letztendlich am Konzept, dass wir einfach das ganze Thema Kassensystematik, den Point of Sale ganz anders aufgreifen als Mitbewerber. Das System basiert auf Hardware. Die Daten verbleiben im Salon und sind nicht in einer Cloud gespeichert. Sollte auch der Rechner mal ausfallen, kann man jederzeit mit dem Smartphone oder Tablet weiterarbeiten. Kein Verlust am Point of Sale. Natürlich muss eine Kasse, so wie die Blackbox in der heutigen Zeit auch ganz sicher sein beim Thema Finanzamt. Wir haben also hier die Möglichkeit, auch dort Kosten zu reduzieren. Ja, und sind effizient unterwegs und mit unserer Buchhaltung immer auf dem neuesten Stand letztendlich. Nicht umsonst hat Blackbox in nur einem Jahr den Markt im Sturm erobert. Wir arbeiten jetzt also mit dem Kassensystem in den Geschäften in mehreren Betrieben und sind äußerst zufrieden mit dem System. Es funktioniert sehr gut, es ist vor allem farblich sehr schön abgestimmt und es ist für die Mitarbeiter sehr, sehr einfach zu bedienen. Und das ist eigentlich so die Hauptsache. Aber auch Set & Forget Marketing sind wichtige Bestandteile der Blackbox. So werden Terminerinnerungen oder Geburtstags-Mails automatisch verschickt. Wir können hier Set & Forget Marketing implementieren, so dass ich eben marketingtechnisch super aufgestellt bin, dass ich eine Kommunikationsstrecke habe, aber auch, dass ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar bin. Das begeistert auch die Kunden. Wir sind der Meinung, dass wirklich Blackbox das beste System hat. Wir haben uns bei anderen auch schon informiert, aber hier haben wir das System, was wir brauchen. Wir haben Filialen. Ich kann mit einem Programm beide Filialen, mit beiden Filialen darüber arbeiten. Fazit, die Blackbox ist die beste Alternative für ein sicheres Kassensystem, das am Ende noch Geld spart. Abschließend sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass es sich am Messestand nicht um die wahre Wurst gehandelt hat, sondern nur um das Double Conchita 4711. Gemerkt hat das aber keiner.